Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist, ich riskiere mal die Behauptung, die kommende Frau im deutschen Fernsehen noch im Internet zu sehen. Früher hätte ich gesagt, noch nur im Internet zu sehen, aber nach diesem großartigen Essay von Hans Magnus Enzensberger zum 20. Geburtstag von Rainer Werner Rilke, meine Damen und Herren, sehe ich die Dinge klarer. Sie moderiert den täglichen Videoblog Ehrensenf. Herzlich willkommen, Katrin Bauerfeind. Was ich bis heute Nachmittag nicht wusste, Sie kommen aus Aalen in Baden-Württemberg. Aalen, aus Aalen. Das ist Ostalbkreis. Das ist so Ostalb, ja, Ostalbkreis. Ja, man hört es aber nicht, wenn Sie, weder im Internet, und ich habe Sie noch gesehen auf der Berlinale, wo Sie sehr gut eine Sendung moderiert haben, man hört es nicht, den Dialekt komplett weg. Ja, ich bemühe mich. Also, ich habe noch ein paar Probleme, aber... Mit? TDPB. Polizei. Polizei, genau. Dudel. Und mit den Umlauten. Neut ist Gott langsam. Jeder arbeitet dran, so langsam. Ja, Sie haben mal Baden-Württemberg-Abitur gemacht, oder? Ja, Zentralabitur. Zentralabitur. Deutsch? Ja, Deutsch LK. Was war das Thema? Scheiße. Ja, das heißt ja, als Gedicht von Enzensberger. Gibt ein berühmtes Gedicht von Enzensberger, wirklich. Also, Berlin-Alexanderplatz war auf jeden Fall Thema, das habe ich aber nicht gemacht. Dann war Faust natürlich Thema, habe ich aber auch nicht gemacht. Ah, Kabale und Liebe. Oh! Ja. Wie denn? Und was war die Themenstellung? Ne, stimmt gar nicht. Ne, Leons und Lena. Leons und Lena! Leons und Lena, jetzt. Aber es hört sich sehr ähnlich an. Ja, natürlich, und sind auch zwei Polizisten. Eben, eben. Und was war die Aufgabenstellung? Ne, Erörterung. Erörterung. Das ist glücklich. Und mit einer bestimmten Szene? Mhm. Echt? Aber ich meine, Schiller, Kabale und Liebe, muss man sich auch richtig auskennen. Ja, gibt ja Lektürehilfen, ne? Ach so, die darf man benutzen während der Arbeit? Nein, aber die hat man natürlich vorher weitestgehend auswendig gelernt. Das schon. Es war klar, dass Kabale und Liebe drankommt. Ja, es gibt vier Themen zur Auswahl oder fünf. Und ja, dann muss man ein bisschen Glück haben, dass wirklich das auch dabei ist, wo man jetzt auch was zu weiß, wo man die Lektürehilfe zu gelesen hat. Und das war der Fall und alles super. Und hat gut funktioniert? Ging, neun Punkte. Das ist nicht so. Keine Ahnung, was du wirst. Ich habe mir noch Noten gekriegt. Das ist eine Drei. Ja, aber trotzdem. Dann haben Sie was wahnsinnig kompliziertes studiert. Technik, Journalismus. Was ist das? Technik und Journalismus. Also... Ja, das heißt also, morgens Schraubstock, mittags, äh, äh... Ja, Grundstudium mit Hautstudium, sowas verteilt. Und Technik ist Mathe, Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik... Das haben Sie alles gemacht? Ja. F größer 1, wenn 0 gegen Alpha und sowas, ja? Viel komplizierter, aber... Wirklich? ...in die richtige Richtung. Ja? Ja. Also das heißt, Sie kennen sich in der Technik breitest aus. Ja, es soll so ein technisches Verständnis vermittelt werden. Also man soll kapieren, worum es geht, damit man technische Inhalte später journalistisch so aufbereiten kann, dass sie jeder versteht. Verstehe. Also wie zum Beispiel... Ja, naja, so... Hat funktioniert. Ja, zum Beispiel, Sie sagen dann immer, äh, wie in der Sendung mit der Maus oder so. Genau, Sendung mit der Maus oder, ähm, Galileo oder sowas, ja, Wissen macht A oder so. So, und dann, Studium, noch bevor, das Studium haben Sie mittlerweile abgeschlossen mit Diplom, ja? Genau. Äh, und da, vorher haben Sie aber schon angefangen für diesen, man sagt Videoblog? Nein, wir sagen nicht Videoblog. Wie, wie sagt ihr? Wir sagen Internetfernsehen. Also, cool, Internetfernsehen, Ehrensef, äh, jeden Tag eine fünfminütige Sendung ungefähr zu machen. Ja. Wie sind Sie da dazu gekommen? Ähm, ich hab eigentlich ein Praxissemester in Argentinien gesucht, hab aber dabei festgestellt, ich kann gar kein Spanisch. Das war alles nicht wichtig. Ja, warum wollten Sie dann in Argentinien? Ja, um es zu lernen, deswegen will man ja ins Ausland, aber das kapieren die ja immer alle. Wo haben Sie das gemerkt, auf dem Blue Camp in Buenos Aires oder, ich meine, oder dass Sie kein Spanisch sind? Nein, schade, ich war immer noch nicht, ne, im Internet hab ich's gemerkt. Ach so. Dabei, also bei dieser Suche, bin ich über eine Anzeige gestolpert, Moderatorin gesucht und dann dachte ich, gut, dann gehst du nicht nach Argentinien, dann moderierst du halt. Echt? Ja. Und dann war ich beim Casting und dann haben die gesagt, ja, kannst du mal machen. Und seitdem mach ich das. So, das muss man sagen, Leute, die es noch nie gesehen haben, sehr minimal aufgezogen in einer kleinen... Tee-Küche. Tee-Küche? Ja. Ja, hier in Köln? Ja. Aber professionelles Bühnenbild? Genau, ja. Und Sie haben Autoren, wie viel? Einen. Einen. Der schreibt das und Sie? Und ich sag's, ja. Und Sie sagen, ja. Ganz einfach. Lernen Sie das auswendig oder wie? Ja, ist auswendig gelernt, ja. Und das machen Sie unglaublich souverän und ich hab Sie auch gesehen auf der Berlinale, ich wollte sagen Funkausstellung, Berlinale. Da war ich aber auch. Auf der Funkausstellung, haben Sie auch moderiert? Ja. Best of IFA Music. Aha. Ja. Für welchen Sender? ZDF. Und wie sind Sie dann an den Job mit den Filmfestspielen gekommen? Die haben angerufen, Dreisat hat angerufen und gefragt, ob ich das machen möchte und dann hab ich gesagt, ja, das machen wir mal. Und ich finde, das haben Sie toll gemacht. Haben Sie einen größeren Bezug zu filmen? Naja, jetzt. Jetzt? Nein, also Otto Normalverbraucher und so war es auch wirklich angelegt. Also ich gehe ab und zu im Zino. Als Kinofan. Genau. Aber ist jetzt nicht so irgendwie Freak und total, wir kennen jeden Regisseur oder so, sondern so eine normale Haltung dazu, würde ich sagen. Gut, also jetzt sind Sie Diplom-Technik-Journalistin, ja? Nein, es ist nur Diplom-Journalistin. Man hat sich ja umsonst abgerackert für diese Technik, im Titel ist es nur Diplom-Journalistin. Gut, also Diplom-Journalistin mit riesen technischem Sachverstand. Mit riesen technischem Sachverstand. Sehr attraktiv, sehr telegen, sehr souverän vor der Kamera. Da ist doch eigentlich nur die Frage, aus welchem Angebot von Sendungen wählt man jetzt aus? Ja. Ja? Und stehen die Sender Schlange? Ja, alle. Ja, aber viele? Nein, es gibt schon ein paar Angebote, ja. Sind das gute Angebote? Ja, ich würde sagen, ja. In welche Richtung gehen die? In den Comedy-Bereich. Wirklich? Ja. Ja, das heißt, Sie sollen irgendwie Rollen spielen oder was? Ja, auch. So ein paar Sketche und so oder ein bisschen Sketche anmoderieren oder so. Echt? Aber da wären Sie unter Wert verkauft, oder? Wenn Sie das sagen? Ja, finde ich schon. Dann gäbe ich das so weiter. Wie so Sketche anmoderieren, dann kommen irgendwie zwei so unlustige und... Ja, jede Sendung braucht ja einen Gastgeber quasi, ne? Ja, ach so, ja, aber da können Sie doch mehr. Ich meine, so eine Sendung in der Art von Galileo oder Wissen macht A oder was Carsten Schwanke da im ZDF macht, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Welt der Wunder, glaube ich. Wäre das nicht eher was mit Ihrer Ausbildung? Ja, könnte man sich auf jeden Fall vorstellen, auf jeden Fall. Haben Sie keine berufliche Ziele? Nein. Sie gehen da jeden Tag zu Ehrensenf? So ist die Jugend von heute. Keine Ziele. Wirklich? Ja, aber ich meine, wie alt sind Sie? 24. So, 24 und irgendwann werden Sie 25. Und dann haben Sie bei der aktuellen Arbeitsmarktpolitik noch 70 Jahre vor sich, die Sie arbeiten müssen. Ja, deswegen versuche ich ja so offen wie möglich zu sein, weil wenn man sich da jetzt schon, ne, dann und dann 70 Jahre und das... Ist vermutlich die richtige Einstellung. Sie haben ja sozusagen die Berufsausbildung abgeschlossen und Sie sind ja schon, und Sie sind ja schon in der Branche drin. Aber es soll schon beim Fernsehen bleiben. Ja, doch, auf jeden Fall. Radio kann es aber auch sein. Ja? Haben Sie schon mal gemacht? Können wir mal einen Hörbuch sprechen? Können wir mal einen Film machen? Ja, Hörbuch sprechen macht ja jeder. Echt? Ja, und die meisten können es nicht. Das ist eigentlich auch mein schöner Sendetitel, großer Hörbuchwut von mir. Es gibt nur wenige Schauspieler, die es können. Von der Stimme her und von der Artikulation, von der Atmung. Die meisten lesen irgendwas und dann stehen sie an der Tankstelle in so einem Regal drin. Ja, aber ich habe jetzt den Deutschen Hörbuchpreis moderiert vor zwei Wochen und es waren sehr schöne Hörbüche, aber da muss man wirklich sagen. Das sind ja die Besten, die das machen. Das sind ja sensationelle Sprecher. Das haben wir auch moderiert. Also Volker Lechtenbrink und so, die Brücke, sehr, sehr schön. Ja gut, aber das ist ein toller Schauspieler. Ja, absolut. Und das war eine WDR-Veranstaltung? Das war eine WDR-Veranstaltung. So, und dann sind Sie ja sozusagen schon, haben Sie Kontakt schon zur WDR? Wir sind ja schon drin. Wirklich? Ja, und jetzt die neue Intendantin und die neue Fernsehdirektorin? Die sind noch nicht auf Sie zugekommen. Nein. Ich wette, dass Sie innerhalb von einem Jahr steil nach oben gehen im Fernsehen. Na, das sind ja Aussichten. Glaube ich schon. Es würde mich sehr wundern. Tagesthemen werden jetzt frei bei uns. Ja. Da wird auch rumgesucht, sinnlos. Ja, da wäre es ideal für, klar. Hier sitzen die Talente. So, noch irgendwelche Wünsche? Nö. Gehaltsvorstellungen? Ja, ja. Na, machen wir dann unter vier Augen. Haben Sie das selber, das Gehalt, oder haben Sie so einen schmierigen Anwalt, der das für Sie macht? Das braucht man doch in der Borde. Das ist meistens am Ende, diese jungen, attraktiven Klaus-Geräusche, so einen schmierigen Winkel-Advokaten hinten, der die ganzen Verträge, und sie darf dann keiner mehr sehen und so, das ist schlimm. Sind da auch schon solche Menschen, sind Sie denen auch schon begegnet? Ja. Sonst kann ich Ihnen Adressen geben. Also, ich wünsche viel Erfolg. Danke. Und auch mal wiederkommen, wenn sie dann ganz oben sind. Das erleben wir häufig, dass wir hier Stars machen und dann ist man arrogant und kennt uns nicht mehr. Ja, und wir haben das Comedy-Prekariat hier sitzen. Und die Stars sind woanders und kennen uns nicht mehr.